109. zum ersten Video rund um den Spieltag 23-24, habe es schon oft angesprochen in verschiedenen Videos schon, aber hier nochmal kurz der Disclaimer, es wird kein normaler Stadion-Vlog, werden auch die nächsten Vlogs nicht, auch wenn wir zu Hause spielen nicht. Ich muss irgendwie gucken, dass ich es irgendwie audiomäßig vielleicht löse, generell muss ich gucken, wie ich heute überhaupt irgendwas aufnehme im Steh-Vlog, da auch das vorweg geschickt, hätte ich so oder so keine Videos aufgenommen für den Vlog, Stehbereich, da macht man das nicht, aber auch in Heimspielen, wie gesagt, angesprochen, verschiedene Videos, zieht euch das dazu gerne rein, mal gucken, was ich für eine Lösung finde im Schnitt nachher, es geht los, Reutlingen, aber gegen Balingen, ganz klar Geschichte, an der Kreuzeiche, auch mal gespannt drauf, so ein, ja, wie viele passen da rein, 15.000, ich glaube so an die 14.000 sind angekündigt, habe ich bei VfB-Seite gesehen, viele VfB-Ferns natürlich auch, Schwaben-Duell örtlich nah, bin gespannt, das könnte auch so ein bisschen vom Gefühl her, vom Vibe her einen Testspielcharakter haben in irgendeiner Form, aber ist Pokal, ist die Ernsthaftigkeit, ist erst das Pflichtspiel, Balingen darfst du, ja, wie jeden anderen Gegner, aber gerade so Dinger in der ersten Runde immer gefährlich, immer tückisch, darfst du natürlich nicht zu leicht auf die Schulter nehmen, deswegen Vollgas, erste Elf, wieder sehr Bock auf die Stimmung, auf alles, letzten Wochen oft gesagt, boah geil, zwei Liga zurück, Schalke hier, Schalke gegen Hamburg da und so, Schalke Lautern da, Fernsehübertragung war schon so geil, jetzt im Auswärtsblock, im Stehbereich, es geht wieder los, diese Saison geht wieder los, viel Spaß beim Schauen. Musik 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 VfB 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 Komm Enso, mach was. VfB Zauberhaft, ja. VfB 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 Wir wollen dich heute siegen sehen, wir schenken unsere Fahnen und singen unsere Lieder, kein Weg ist uns so weit, weil wir dich so sehr lieben. VfB 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 Le, 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 Ole. Wir sind immer für euch dran Profis выступiert Wenn unser Leben gibt es uns so viel Lalalalalalalalala Der AntNonibo wird laufen Vorzer 412 compiler Vorzer, vorzer, Vorzer vfp Vorzer, vorzer, vorzer vfp osium Ho mhooohoho Ho mhoooho ph limb FOTZER VFB FOTZER VFB Stuttgart kommt, Stuttgart kommt! Alle, 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 solange ich geh. Das Ganze ist die dringende Hände die Lose, mit der Ecke auch, bringt's auch an. Ho, 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 ho like, Ja, ne VfB! Ho, 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 ho like, Ja, ne VfB! 1893, hey! Hey! 1893! Hey! Hey! 18 und 33 und 33! 18 und 33! 18 und 33! Oh 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 Ja der VW Das haben wir angestachelt von oben. Und jetzt willst du den Ringer mal wirklich wissen, ne? Moment, du musst mal rein, wenn du das kein E-Song mehr bist. Ist das kein E-Song mehr? Ja! Ja! Was? Lübel! Jawohl! Guckt eine Sau! Hahaha! Lübel! 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 Das hat er noch nie in der Nähe mehr wirklich so was. Noch nie! Digga, ist jemand andre an den Sound gesprungen dafür grade? Oh! studiert mal runter! Oh! 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 Und damit 0 zu 4, weitergekommen in die zweite Pokalrunde, wie es zu erwarten war, wie man es auch erwarten durfte, glaube ich. Jetzt hier zum Spielfazit. Erstmal so ein bisschen rund ums Stadion und danach ein bisschen Spielkurs, sobald ich auch hier, kann ich schon vorwegnehmen, nicht riesige Analysen ansetzen werde aus einem Stehplatz-Erlebnis in der Pokalrunde Nummer 1. Die Organisation war richtig stark. Wir meckern oft genug, ob beim VfB, bei Deutscher Bahn, wie auch immer. Aber das war richtig, richtig stark gelöst. Zumindest für meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich auch gegensätzliche Erfahrungen gemacht habe heute. Aber Busse vom Region Hauptbahnhof nach Reutlingen zum Stadion direkt und Rückweg auch. Richtig, richtig stark gewesen. Es hat problemlos funktioniert. Busse sind losgefahren, sobald alle quasi ihre Sitzplätze hatten. Also, ich glaube, keiner musste stehen. Absolut top gelaufen. Stadion auch sehr geil. Hat wirklich seinen Charme. Die Kreuzeiche. Ultras waren, glaube ich, im Block dann neben uns. Von dem her Ding war es auch stimmungstechnisch und sowas. Echt, echt angenehm, das Ding. Orga dort war auch gut, was Trinken, Essen und sowas angeht. Und das, witzigerweise, das ist ja Vorheber, aber mach's einfach mal. Mal auch großes Streitthema unter Fußballfans, glaube ich, ist hier die rote Wurst im Stadion und beim VfB im Stadion ja auch. Aber die in Reutlingen fand ich schon sehr, sehr stark. Wetter war ganz, ganz wild so. Mal hat es komplett gebrutzelt da irgendwie an die 30 Grad runtergeballert auf dich. Weil, ne, kein Dach und nix. Dach haben nur die Sitzplätze bekommen. Dann wieder ein bisschen genießelt. Und dann am Ende richtig, richtig Regen. Stimmung war durchgängig gut. War ein Heimspiel, was aber auch irgendwo klar war. Auch ganz schön fand ich, unten am Zaun waren es zum Beispiel ein paar kleinere Kinder. Das ist genau das Spiel, um quasi Kinder, sag ich mal, in diese Richtung von Stehblock und sowas ranzuführen. Fand ich sehr, sehr schön anzusehen. Auch grundsolider Auftritt, sportlich gesehen, standesgemäß. 0 zu 4 gewonnen oder 4 zu 0 gewonnen, wie auch immer, gegen die TSG Bayern Regionallegist. Das sind eigentlich auch, haben sich für mich zumindest genau auch die belohnt mit Toren jeweils, die auch, sag ich mal, hervorzuheben sind oder besonders gut waren. Mio, ganz vorne mit dabei. Silas, das war auch wirklich ein richtiges Traumtor von Silas. Gerasi und Endo, das waren so die, die ich hervorheben würde auch. Der Rest war auch mal mindestens ordentlich so. Du kannst kein jetzt irgendwie, was Schlimmes nachsagen nach so 0 zu 4 in der ersten Runde. Gleichermaßen, wie vorhin schon gesagt, schwer, so ein Spiel zu bewerten so. Aber man hat seinen Job erledigt, komfortabel erledigt. Nehmen wir mit. So, fertig. Spiel abgehaktet. Sag ich mal, man jubelt auch als Fan nicht so wie in der Bundesliga. So ein kurzes Abklatschen oder kurz mal Faustballen. Das war es dann so, weil eben die Erwartungshaltung schon in gewisser Weise da war. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Trotzdem war wirklich auch ein geiles Erlebnis gewesen. War es zum ersten Mal für mich in der ersten Pokalrunde auch dabei. Letzten Jahre sind wir ja sonst immer durch die Republik gefahren für die Spiele. Verrückt. Und irgendwo auch legendär wurde es dann ab Minute 75. Da wollte es der Regen dann halt richtig wissen. Da ist es runtergebrochen auf uns. Zuerst kurz ein bisschen durch Stille und alle ein bisschen genervt davon. Und danach kam die komplette Trotzreaktion aller Fans in diesem Auswärtsblock. Vollgas gegeben. Diesen Block abgerissen. Das war viel zu geil. Wirklich. Da nochmal riesenlob an unsere Fans. Ich sage es auch oft genug. Aber wir sind einfach die Geisten. So fertig aus. Das war unsagbar geil. In diesem Regen. Alle sind nass. Vielen wahrscheinlich auch kalt gewesen in der Situation. Und komplett durchgeballert. Und es war wirklich als Trotzreaktion so jetzt erst recht Vollgas gegeben. We can do it on a cold rainy night at Stoke würde ich sagen. Und ja auch wieder einige korrekte Leute getroffen. Immer wieder entspannt bei euch. Rückfahrt auch orgamäßig super gewesen. Klassiker Rückfahrt nach einem Fußballspiel mit einem Bus. Natürlich ein paar Übermotivierte dabei gehabt. Ein paar die schon gut getankt haben. Aber es gehört einfach dazu. Aber war eben nach so einem langen Tag dann doch auch ein bisschen nervig. Weil ja Reutlingen gar nicht so weit weg eigentlich. Aber trotzdem heute Morgen ging halb zehn los mit der ersten Bahn. Und dann irgendwann so viertel nach fünf abends wieder oder nachmittags wieder angekommen. Jetzt hier das erste Mal diese Audio Vlog Version. Ich habe es versucht designtechnisch ganz nett zu lösen. Ich habe es hoffentlich hinbekommen. Dazu ist, muss ich Disclaimer mäßig sagen fast, ist mein Handy-Mikro. Ganz klare Geschichte. Also ist eben der Ton auch näher an mir. Nicht so allgemein der Ton wie auf der Kamera vielleicht noch davor. Habe es ja auch schon gegen Hamburg gemacht. Ich glaube da hat der Ton nochmal anders gewirkt. Auch dann eben in unserem Stadion, im großen Stadion eben. Nochmal besser finde ich auch. Ganz klar ist nämlich auch das, was ich jetzt an Ton gehört habe, ist schon ganz nett finde ich. Aber natürlich vor Ort nochmal ganz, ganz anders gewesen. Noch viel, viel verstärkter gewesen. Ja, dann würde ich sagen, mehr gibt es zum Spiel nicht groß zu sagen. Eure Meinung gerne runter in die Kommentare. Auch natürlich zu dieser Art Stadion Vlog, sage ich mal. Vielleicht so ein erstes Fazit. Und natürlich gerne auch zum Spiel. Immer gerne Abo und Like da lassen. Ganz klare Geschichte. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.